Es ist wieder soweit, Eitatsch und ich sind hier in diesem wunderschönen Jurassic Park, wobei ist ja kein Park, in Jurassic World, hier in dem Fall unterwegs, am Überleben. Wir haben leider alles verloren und fangen von vorne an und ja, ich begrüße erstmal den Herrn Eitatsch, der hier so gemütlich auf sein Handgelenk starrt. Guten Tag. Guten Tag und wir haben jetzt endlich mal einen eigenen Server. Es war uns ein bisschen zu blöd, dass immer so die Server verschwinden. Dann haben wir uns eiskalt, wie wir sind, einfach mal einen eigenen Server zugelegt. Jetzt heißt es hier erstmal Überleben. Komm schon, Baum, du wirst verlieren. Hey, wir sharen Experience, wenn wir zusammen sind. Ja, ich habe es gerade gesehen. Laut, laut. So, weißt du, was ich jetzt mache? Nein. Ich scheiße auf Health. Ich gebe mir mal ein bisschen mehr Power. So, und das Erste, was ich jetzt crafte, ist eine Axt. Oder hast du die schon gelernt? Ich habe eine Pick. Ja, gelernt habe ich die auch. Ja, das ist natürlich blöd. Feuer hast du schon? Habe ich auch. Oder Campfire? So ein Campfire. Guck mal nach, was du hast, weil es macht keinen Sinn, wenn ich das auch lerne. Also habe ich gelernt, ja. Was hast du? Campfire und die Axt. Ich habe Campfire gelernt, ich habe Hatchet gelernt, also Stone Hatchet. Ich habe die, gut, Stone Pick ist ja klar und die Torch auch. Okay, dann nehme ich den Spear und ich nehme schon mal die Deck Foundation. Genau. Und du kümmert sich dann beim nächsten Aufstieg hier um, was kümmert du dich denn? Ich kümmere mich jetzt erstmal hier auch so ein bisschen um Holz mal und Fetchers und was weiß ich nicht was. Wenn du mir irgendwas abgeben kannst, dann bin ich... Dann gebe ich sie ab. Alles klar. So, mal gucken, wo wir hier so landen. Wir sind jetzt mal endlich mal im Norden unterwegs. Einfach mal schauen, was hier so rumrennt. Oh, ich kriege viele Dadges hier. Oh, ich kriege auch gerade irgendwie Schaden bekommen. Ja, du musst aufpassen, du darfst nicht zu lange mit den bloßen Händen da draufschlagen. Dann bist du ein bisschen problematisch, dann brichst du dir nämlich was und dann hatte ich letztes Mal das Problem. Hast du mir zufällig ein Hatchet oder so? Ah, cool. Äh, ich kann dir... Warte mal. Muss mal gucken. Ich kann dir noch einen Stone Pick machen, wenn du willst. Oh ja, da hätte ich nichts dagegen. Ich nehme mal einen Stone Pick. Da hätte ich nichts dagegen, dann haue ich mir nicht die ganze Zeit die Finger wund. So, ich habe es gedroppt. Ah, ein schönes Paketchen. Meins. Danke dir. Jo, kein Problem. Das machen wir doch gern. Da hinten leuchtet schon wieder was. Dann haben wir mal ein paar Steinchen hier. Da sind viele, viele gute Steine. Oh, jetzt gehen wir... Oh, da sind ganz viele Büsche. Das ist gut. Ja, da können wir uns ordentlich beeren. Und noch Fibers, was ganz wichtig ist noch für später. Gerade am Anfang. Nee, Fibers sind ja... Gut, Fiber brauche ich für die Hütten dann. Eben, das meine ich ja. Aber viel wichtiger ist, dass wir hier mal endlich ein paar Dodos finden. Oh ja, Fleisch. Und dann hoffe ich, dass wir auch mal... Ja gut, das ist alles Fleisch, B die Federn. Die Federn sind mir fast wichtiger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Jam, 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 jam. Denn dann können wir uns da mal... Wie heißt es so schön? Junge, Junge, hier ist aber echt viel Zeug. Sehr gut. Ja, sehr gut. Hier sieht es echt schön aus auch. Ja. Lass mir hier diesen Spalter hochgehen. Mal gucken, ob wir da was... Ja, besser als am besten. Wenn wir hier nämlich schon einen schönen Aussichtspunkt haben, können wir zumindest mal sagen... Man könnte auch hier unsere... Wir könnten hier unsere Base irgendwo aufbauen. Eben, das meine ich ja. Je nachdem, wie es hier... Wie hier die... Oh, verdammt. Da ist so ein komischer Saurier, der dir ins Gesicht spritzt. Wo, 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 was, wo? Da unten im Hang runter. Ja, die... Da müssen wir echt weg. Weil die Dilophosaurier sind echt ziemlich abartig. Hier ist so eine komische Schildkröte. Ja, die machen eigentlich nichts in der Pflanzenfaser. Da habe ich kein Problem mit. Nur wenn du die bockst, dann werden sie ziemlich sauer. Das kann ich mir vorstellen. Habe ich vorhin schon ausprobiert. Das sieht schon geil aus. Hier, guck mal, da oben dieser Vulkan ist das, oder? Das ist ein Vulkan. Da würde ich gerne auch... Schau dir mal diese Zunge hier an. Wie das hier so richtig geil reingeht, das Wasser. An dem Strand könnte ich mir echt gut vorstellen, dass wir was aufbauen, oder? Geht echt gut aus. Da hinten im Wasser sieht man so ein... Was ist denn das? Das sind mal ein paar kleine Fischis. Ja. Hier ist echt alles. Voll cool. Dann lass uns da hin, würde ich sagen. Ich glaube, hier finde ich es geil. Hier könnte ich mir echt vorstellen, eine schöne Basis aufzubauen, eine kleine... Zumindest mal vorübergehend. Vor allem hier hast du dann... Dann können wir mal eine Expedition zu dem Vulkan da machen. Genau. Dann gehen wir da mal hoch und schauen einfach mal, was da oben gibt. Was soll so rumrennen? Wo bist denn du jetzt hingegangen? Ich bin direkt hinter dir. Ah, da. Umgedreht erstmal in die falsche Richtung geguckt. Also in die falsche Richtung gedreht. Oh, ich glaube, ich habe mir ein bisschen weh getan. Du musst aufpassen. Ich gehe mal hier schon mal runter an den Strand. Boom. So. Mal hier richtig schön einsammeln, alles. Boom. Bam. Ich habe ein bisschen Stein kaputt gemacht. Das ist schön. So, kann ich mir schon eine Axt craften? Ne, kann ich mir... Achso. Kannst du dir eine Axt craften? Ich gucke gerade mal. Warte. Oh, nur einen Moment. Ja, kann ich. Weil das wäre, glaube ich, das nächste Interessante. Kann auch Campfire craften. Dann mache ich das gleich als nächstes. Nö, das ist gut. Mach mal erst mal die Axt, dass wir genug Zeit... Also ich habe jetzt zwei Axte gecrafted. Das ist gut. Und... Ich würde sogar noch eine dritte. Ich würde dir eine abnehmen. Ich habe es gedroppt. Dass du nicht so schwer tragen musst, weißt. Dankeschön. Nichts Problem. So. So. Und ich ziehe mich schon mal die ganzen Beeren rein. Einen guten Hunger in dem Fall. So. Ich hole mir mal hier genug Material schon mal für die... Bude, die wir uns dann bauen. Das... Jo, die Beeren gehen schnell... Gehen schnell kaputt. Jo. Oh, guck mal, das ist ein Fisch. Ich fresse einfach jetzt. Ich komme nicht ans Wasser. Was ist jetzt los? Achso. Falsch auf den Tasten gewesen. Guck mal, da ein Quastenflosser. Was? Level 50. Den kann man erst auf Level 50 trainieren. Ich habe einen Fisch getötet. Echt? Wie hat es das geschafft? Ich glaube, er wird nicht eingeschlagen. Oh. Ich dachte, vielleicht mit dem Schmähler. Ich gehe unter. Das ist schlecht. Ah. Cool. Da gehst du kurz... Da gehe ich kurz mal baden. Und schon ist alles, äh, dunkel. Was ist das denn das Wort? Hey, ein Level up. Da schwimmt was Großes. Dann lieber weg da. So. Äh, das ist schon wirklich was sehr Großes. So sah es zumindest aus. So, machen wir uns mal ein paar Klamotten, ne? Bin ich, bin ich dafür? Bin ich ein Level aufgestiegen? Ne, bin ich nicht. Aber fast. Dann machst du mal die... Ah, warte. Ah, warte. Mein Kussi. Ah, was? Den Speer hast du gemacht, ne? Den Speer hab ich gemacht, ja. Dann mach ich mir mal wieder... So. Äh, wir brauchen... Das hier. Das hier. Und eine Tür. Ach, nee, eine Tür brauchen wir eigentlich gar nicht. Äh, brauchen wir eine Tür? Komm, ich mach... Soll ich eine Tür machen, oder soll ich schon mal das Bett nehmen? Äh... Ich glaube, ich nehme erst mal das Bett. Jetzt wäre es von der Idee so. Wir brauchen eine Deckfoundation. Einmal. Ich brauche mehr Fibers. Ich habe uns schon ein paar T-Shirts gemacht. Und einmal das hier. Mir fehlen leider noch die Hosen. Habe ich jetzt den Doorframe gemacht oder nicht? Ne, habe ich nicht. Da fehlt mir... Was fehlt mir denn da noch? Wood fehlt mir noch. Frechert. Holz, Holz. Ich sehe nichts. Da. Zack, zack, zack. So. Und ein Doorframe. Für die guten Herren. So. Oh, scheiße, 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 scheiße. Was denn, was denn, was denn, was denn? Nein, ich habe jetzt noch weit zu viel gemacht. Na, egal. So. Ziehen wir mal alles hier runter. Wobei, passt eigentlich schon. So. Wo, wo müssen wir da hin? Aber das ist hier echt gut. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur. Wo soll ich denn hier was hin? Ey, guck mal, ich könnte sogar was ins Wasser bauen. Wie cool ist das denn? Mach dir noch eine Hose. Danke. Jetzt sagen wir, wir bauen hier hin, hä? Ja. Machen wir hier eine Wand. So. Dann bleib mal kurz da stehen. Dann bringe ich dir gerade mal die Shirts und Hosen. Und hier eine Tür. Ja, ich bin quasi hier. Ich warte auf dich. Hier eine Tür. Also eine Hose und ein Shirt. Dankeschön. Bitteschön. Endlich nicht mehr nackig hier im Urwald rumrennen. Aber echt. Ich sehe gerade, ich hätte hier sogar noch eine Wand. Cool, wir können hier sogar zweistöckig bauen. Das ist ja praktisch. Äh, weißt du was? Einfach, damit es gut aussieht. Klebe ich jetzt hier eine Wand obendran. Eigentlich hätte ich... Jetzt fällt mir gerade so ein, das hätte ich eigentlich auf die andere Seite machen sollen. Eine Wand? Ja, nochmal eine Wand obendran. Damit, äh, dann sind wir vom Wetter besser geschützt. Das stimmt. Wir wissen ja auch nicht, was letztes Mal so wirklich passiert ist, ne? Nee, einfach war... Also erst war der Server weg, dann... Du hast noch überlebt da drin. Ja, ich war irgendwie dann auf einmal unter dem Gebäude und musste dann das Gebäude kaputt machen. Das war natürlich ein bisschen... Blöd? ...unschön, ja. Some call it blöd. Some call it blöd, ja. Some call it blöd. Naja, aber jetzt sind wir auf unserem eigenen Server. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Genau, da wissen wir doch, was hier los ist. Huh. So, was müssen wir denn als nächstes noch... Ih, ich hab gekackt. Entschuldigung. Ih. Ja, Entschuldigung. Was müssen wir denn als nächstes machen? Als nächstes würde ich sagen, bauen wir noch einen Kämpfer hier hin. Ich hab nämlich noch fünf Stücke Fleisch. Okay. Oh, du hast schon Fleisch? Naja, ich hab doch... Ich hab doch den Fisch erlegt. Eigentlich dürfte das ja kein Fleisch sein, ne? Ja, in dem Sinne nicht, das stimmt. So. Ich hab's gecrafted. Das ist einfach schön. Ich baue hier mal... Ich ernte hier nochmal weiter. Wenn ich was... Soll ich's schon mal... Usen? Ja, mach's schon mal an. Hier ist die Hütte. Dass wir hier mal, ähm... Auch ein bisschen was sehen vielleicht. Sag mal, sollst du die Hütte machen? Nehmen die Hütte? Ne, ich würd sagen, hier wo ich jetzt grad stehe. Hier ungefähr da. Nix Problem. Na, wo ist it? Zack. Juhu, Feuer! Machen wir mal Wood rein. Das ist schön. Schade, dass man nicht auswählen kann, dass da nur so ein paar Wood-Dinger rein sollen. Ja, man kann nur alles nehmen, ne? Ja, man kann echt nur alles nehmen. Schade. Doch, Wood ist drin, ne? Boah, Gottes Willen! So muss das sein. Plötzlich brennt's hier... Oh. Machen wir uns nochmal ein bisschen mehr Wood hier. Ich meine, das ist ja echt hier überhaupt kein Problem, an Holz zu kommen. Ne, das ist geil. Also, ich finde auch generell... Man kann sich hier relativ einfach eine geile... äh, Bude zusammenbauen. Ich hab mal das, äh, äh, das, das, wie heißt's, das Fleisch reingelegt. Wir holzen jetzt auch mal die ganze Bude hier ab. Ah, hier draußen sieht man halt dann irgendwann nichts mehr, ne? Ja, mein, mein Headset ist jetzt auch gleich weg. Ich sammle hier die ganze Zeit dieses Headset zusammen. Oh, ich hab auch grad gemacht. Tut mir leid. Auch noch in die Hose. Tut mir so leid. Ich hab mir in die Hose gemacht. Woran siehst du das? Dass du dir in die Hose gekackt hast? Nein, ich hab ne Hose an und der hat geschissen. Also muss er sich doch irgendwie in die Hose geschissen haben. Nein, das ist ein, ein doministizierter, äh, alter Mann. Nein. Der kackt sich nicht einfach in die Hose. Okay. Hab ich gehört. Hast du gehört? Ja. Hey, wir sind hier nicht bei Top Gear. So, weißt du, was ich jetzt machen werde? Wenn ich das Ding da oben kaputt mache, krieg ich das dann zurück? Wenn du was kaputt machst. Cool, ich krieg die Zeit zu stellen. Ich krieg die Sachen zu. Sind sie dich sicher? Gott, das wäre natürlich nicht erschrocken. Alles zu stürmen. Sieht ja alles katastrophal jetzt hier aus. Entschuldigung. Ja, schuldigung. Dann baue ich mir einen Roof. Und was baue ich mir denn noch? Oh, so ein... Ah, was habe ich genug? Soll ich uns denn eine Sleeping Bag mal machen? Bitte? Soll ich uns mal eine Sleeping Bag machen? Habe ich schon, gecrafted. Okay. Ich mir fehlen ja nur noch die Sachen dafür. So, drei Punkte habe ich noch. Weißt du was? Ich mache das Water Skin. Ich mache das Water Skin Ding. Wir sind doch hier direkt am Wasser. Wozu denn? Soll ich nicht machen? Ja, wozu denn? Wir sind doch eben direkt am Wasser. Gut, dann hebe ich mir die N-Kram-Punkte noch auf. Würde ich nämlich sagen, ne? So. Was will ich denn machen? Wir brauchen noch einen Roof. Dann brauchen wir noch eine Wand. So was fehlt denn dafür alles? Türframe. So. Da brauchen wir noch ganz viel Fiber. Fiber habe ich... Das kannst du mir eigentlich mal abgeben, wenn du das nicht mehr brauchst. Ich habe 106 Fiber. Oh, geil. Das kannst du mir hergeben. Ich bin eingeschlafen. Wie du bist eingeschlafen? Ich bin eingeschlafen. Ah, ich greife dich an. Hey, ich kann hier... Wie ist das denn jetzt passiert? Ich greife dir mal jetzt kurz ins Inventar rein. Nein. Der klaut mir meine Sachen. Dafür erschlag ich die. Aber ich brauche ja gar kein Fiber. Ich brauche das Fetsch. Achso. Ey! Danke! Assi! Oh, scheiße. Sorry. Ich habe mich vertan. Ich brauche auch das Fiber. Jetzt wird dem Miner, ist das ganze Fiber weg. Du hast ja gar nicht mal so viel. Ach da. Was? Ich habe 106. Und da. Vielen Dank. Du hast mich extrem erleichtert. Ich erleichtere mich jetzt gerade auch auf D. Ey! Teebeuteln! Du bist... Also wenn du einschläfst, mache ich dasselbe mit dir. Ich würde mal gerne... Kann ich... Kann ich... Äh... Extern? Ich weiß gar nicht, wie ich hier auf die externe Kamera komme. So, ich werde wieder wach. So wie du auslust. Achso. Hier, mach doch was du willst hier. Gleich wieder wach. Und dann erschlag ich dich. So, da bin ich wieder. Das finde ich nicht wertvoll. So, was habe ich denn jetzt alles? Ich bin hier gerade nämlich am... 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 Am planen, wie unsere Hütte aussehen soll. Ich bin mir noch nicht... Ich bin mir noch nicht so sicher, wie. So, das brauche ich. So. Das ist gar nicht so einfach. So. Ich brauche noch mal Holz jetzt. Einfach ist gar nichts. Ach, da ist ein großer Baum. Und da fährt er um. Auf mich. Entschuldigung. Herzlichen Dank. Hihihi. Ah, da hinten liegt der Mond unter. Schön. Was brauche ich denn noch jetzt alles? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfordert. Ah. Mein Stone Hedge ist kaputt. Das tut mir leid für dich. Hüi, was habe ich denn gemacht? Äh. Kann ich den denn reparieren? Ich mache hier Sachen. So. Hier kommt das hin. Die fünf. Ein schönes Dächlein. Äh. Gib mir mal ein paar Datches. Wenn es geht, bitte. Äh. Muss ich? Ja. Warum? Damit ich meine Stone Hedge reparieren kann. Vielen Dank. Für die Blumen. Weil jetzt brauche ich nämlich auch welche, damit ich hier unsere Foundation hier weiterbauen kann. Kann es gleich wieder den Rest haben, wenn du willst. Na gut. So, was fehlt denn noch alles? Das ist irgendwie ein bisschen sehr schwierig, hier die Übersicht zu behalten. Hab's hier gedroppt. Dankeschön. Ich hab's dann können. So. Also, wo wollen wir denn überall Türen haben? Ich würde sagen, hier kommt eine Tür hin. Hier kommt eine Tür hin. Du machst uns ja echt hier eine Villa. Zwei Stück brauche ich noch. Könntest Architekt machen. Ne, eins brauche ich noch. Zwei habe ich. Jetzt habe ich dann zwei. Gut. Äh. Natürlich. Hallo? Nur das Beste vom Besten für uns. Ups. Jetzt macht das Feuer aus. Ah, ich brenne! So, gucken. Vor allem, dann haben wir von... Jetzt ist der dein Weg. Nehmen wir mal das Cook-Miet an mich. Ja, kannst du mal von. Also jetzt war eins, zwei, drei. Drei Wände brauche ich, damit hier alles zu ist. Dann haben wir nämlich hier hinten einen Schutz und hier vorne immer beim Aufstehen eine wunderschöne Aussicht aufs Meer oder auf unser Feuer. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Ich denke auch. So, ich hole uns noch mal ein bisschen mehr Holz. Holz und Thatch brauche ich jetzt. Okay. Das besorge ich gerade. Huuu, da ist einer, ein großer Dino. Ist der gefährlich? Der schlagen. Ja, ja, genau. Der schlägt mich, wenn er vorbeiläuft. Was ist denn das für einer? Wie viel Holz brauchst du und wie viel Thatch? Ein Stego. Ein Stego Saurus. Ah, Stego Saurus. Zum Pflanzenfresser, sobald ich weiß, ne? Ja. So, was... Wie viel brauchst du? Äh, weiß ich noch gar nicht. Ich bin aber gerade am holzen. Ich würde sagen, dann baue ich das noch in der heutigen Folge fertig. Huch, ein Schlag und schon der Baum kippt. Schon kippt der Baum. Frechheit. Ich crafte mir eine Hütte zusammen und den Eidshot sperre ich aus. Du da. Du da. Alter, aber... Ja. Nutella. Was? Nutella? Ja, Nutella. Genau. Nutella. Das wollte ich sagen. Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich ja noch mal nachgefragt, weil das so komisch war. Eins. Jetzt. Zwei. Drei. Und dann baue ich noch... Eins, zwei Dächer. Ich habe ein bisschen viel Gewicht an mir. Deswegen bin ich jetzt gerade übelst langsam. Oh, scheiße. Das hast du schon wieder... Oh, wieso habe ich jetzt drei Wände? Achso, ich brauche ja drei Wände, ich Idiot. Ich habe alles richtig gemacht. Ich wusste es nur noch nicht. Ich bin ein bisschen beschwert. So, jetzt brauche ich noch Thatch für zwei. Da habe ich genug und Thatch brauche ich. Wie viel brauche ich? Thatch habe ich 20, wenn du was brauchst. Ich brauche 15 oder 10, also 25 bräuchte ich insgesamt. Die hole ich mir selber schnell. Die Palmen hier abreißen. Das ist echt gut, ne? Wir haben auch eigentlich kein großes Problem mit Essen. Zum Glück nicht, ne. Da ist meine Axt kaputt gegangen. Ich droppe jetzt einfach mal ein paar Sachen. Wie kann ich die denn repairen? Du brauchst erstmal die entsprechenden Sachen. Ich habe es gefunden, wie? Alles klar. So. Einmal. Zweimal. Reicht das? Yes. Wir sammeln mal ein paar Steine. Das ist schon eine ziemlich geile Aussicht hier, ne? Auf jeden Fall. Das sieht so geil aus. Also wie krass wir innerhalb von einer Nacht alles abgerodet haben. Das stimmt. Typisch Mensch. Macht immer alles kaputt. Erstmal die Natur zu eigen machen. Genau. Wir sammeln ein paar Steinchen am Strand. Ist das denn nicht schön? La 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 la. So, jetzt haben wir auch ein Dach über dem Kopf. Was ist passiert? Musik. Darum kommt jetzt Musik. Ja, zurück. Kann schnell. Das ist so laut. Heimatland habe ich mich erschrocken. Plötzlich kommt da so mega die Musik. Das war scheiße. Ja. Wir brauchen Heid. Wir brauchen Heid. Heid. Wir sind wieder dabei. So. Dann haben wir es geschafft. Die Hütte steht. Eine. Drei Türen brauche ich noch, ne? Was brauche ich denn für die Türen? Thatch wieder mal. Hast du noch? Zufällig. 22, ja. Die könntest du mir mal kurz abdrücken. Dann mache ich noch die. Hast du das schon? Ja, habe es hier gedroppt. Sehr schön. Du hast das Holz an dich genommen, ne? Ja. Ich war mal gerade so frei. Eins, zwei, drei. Jetzt machen wir noch ganz kurz die, äh, die Türen da rein. Mhm. Und wenn die Türen drinnen sind, dann haben wir da eine richtig schicke Bude für uns. Sehr schön. Inspiziere sie schon mal. Ja. Was hältst du davon? Was denn? Was hältst du davon? Sehr gut, sehr gut. Also, ja, sehr, sehr schön. Muss jetzt nur noch irgendwie versuchen reinzukommen. Eins. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Aber ich wette, hier wird es richtig schön warm und kuschelig. Hier machen wir das Wohnzimmer rein. Hier kommt die Küche hin. Hier ist Zimmerbereich, im Schlafbereich. Also, echt schwierig da reinzukommen, ne? In der Treppe reinzukommen, praktisch. Ja, das stimmt. Aber es ist ja erstmal nur provisorisch. Aber ich finde das geil. Du kannst hier direkt zum Feuer gehen, wenn du möchtest. Du könntest aber auch hier direkt zum Strand. Also, wir haben zwei Ausgänge und Eingänge sozusagen. Mhm. Das finde ich ziemlich geil. Ich könnte sogar noch ein bisschen was anbauen. Dann haben wir hier sogar... Äh... Also, hier haben wir ja noch alle Möglichkeiten. Man muss da aufpassen, dass man nicht ins Feuer springt. Ja, das sollten wir vermeiden. So, ich würde sagen, wir gehen mal in die Stegosaurus dran und versuchen, die zu killen. Da bin ich jetzt dagegen. So, ich mache mir mal kurz Platz. Ich mache mir mal kurz Platz. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.